Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über die holländische Nationalbank, wir sprechen über Steemit, wir sprechen über Ripple Transfers und Burger King akzeptiert nun Bitcoin. Springen wir gleich in diese erste News Story und wir springen nach Holland. In Holland, in der Niederlande, ist die sogenannte Dutch Central Bank, die DNB, die holländische Nationalbank, tätig und die sagen jetzt neu, dass jene Kryptobörsen oder Kryptofirmen, die eine Umwandlung von Fiat in Krypto machen, die müssen sich bei der holländischen Nationalbank anmelden und auch angemolten sein, auch wenn sie in einem anderen EU-Mitgliedstaat bereits registriert sind. Das heißt, wenn Bitpanda zum Beispiel in Österreich registriert ist und eine Lizenz hat, was der Fall ist, und jetzt in Holland eine Seite aufmacht oder holländische Nutzer quasi bedient, dann müssten sie eben auch bei der DNB registriert sein. Das ist, beziehungsweise das folgt dem europäischen Anti-Geldwäsche-Gesetz und viele Leute, als ich vor ein paar Tagen über Anti-Geldwäsche und der EU gesprochen habe, haben lustigerweise gesagt, ja, die EZB und die EU, die muss ja selber mal schauen mit der Geldwäsche, das kann ja nicht sein. Aber natürlich, Leute, ihr müsst bedenken, die Nationalbanken, die Banken und die Mitgliedstaaten, die haben jetzt natürlich Angst vor Krypto. Das ist eines der Mittel, wie man Kryptos einschränken kann. Es wird es nicht komplett stoppen, aber es wird sicher die meisten Leute auf eine gewisse Art abschrecken. Dazu kommt aber auch, dass wenn das Ganze registriert ist, fällt der sogenannte Wild-West-Charakter von Kryptowährungen auch weg. Das heißt, es fühlt sich eher an wie eine Währung, welcher man trauen kann, weil man ja eben mit der Nationalbank registriert ist oder bei der Nationalbank registriert ist. Von daher, es besteht nicht nur aus Nachteilen, wenn man effektiv registriert ist, sondern eben es bringt auch Vorteile und vor allem eben auch Vertrauen. Also, ich würde mal abwarten, wie sich der Markt im Januar, Februar entwickelt, weil per 10. Januar 2020 müssen die Banken oder Börsen, die Fiat in Kryptos umwandeln, entsprechend bei der DNB angemeldet sein. Als nächstes springen wir zu Steemit. Auch Steemit sehr beliebt bei euch. Ich habe einen Steemit-Account, nutze ihn aber nicht mehr so aktiv, weil ich gesehen habe, dass die deutsche Community nicht mehr so stark ist. Falls ihr aber auf Steemit seid, kommentiert mal unten. Ich würde mich wundern, wie ihr das seht. Dann kann ich gerne auch die Videos und Blog-Posts etc. auch auf Steemit posten. Steemit wurde aber in der Zwischenzeit bzw. vor ein paar Tagen ein bisschen angehalten, weil man eben einen Fehler im System entdeckt hat. Der Fehler hat dazu geführt, dass man eine sogenannte Reward-Wate, also man kriegt quasi, bei Steemit kriegt man ja Einnahmen für Upvotes, also man kann quasi voten. Das ist ähnlich wie Likes und je mehr Votes man erhält, umso mehr Steemit-Punkte oder eben Coins erhält man. Und es war möglich mit dem neuen Algorithmus, dass man einen Wert von minus 1 erhält. Dieser minus 1 Wert führte dann dazu, dass der berechnete Wert im System 2 hoch 64 minus 1 war und das hätte natürlich, es steht hier Trillions, also das müssten dann Billionen von Steam-Auszahlungen geführt haben. Und das wollten sie eben verhindern. Es hat keinen Hard-Fork gebraucht, also man hat das Problem gefixt, indem man einen sogenannten Replay of Notes gemacht hat. Also die Netzwerknoten mussten gewisse Transaktionen wie nachspielen und danach hat dann alles wieder funktioniert. Das heißt Steemit bzw. die Steam-Applikationen, die laufen wieder, vor allem für Leute, die eventuell eben die D-Apps brauchen. Gerne also unten kommentieren, was ihr von Steemit haltet, können wir die Konversation da weiterführen. Ripple, die Firma unter anderem hinter XRP, transferiert 500 Millionen XRP vom Wallet und die Community freut es gar nicht. Die Community sagt jedes Mal, wenn Ripple XRP entsprechend transferiert in diesen Mengen vor allem, dann sinkt der Preis wieder. Das heißt, Ripple, die Firma, verkauft XRP und jedes Mal, wenn sie diese Mengen verkauft, sinkt natürlich der Preis. Jetzt die Community freut es gar nicht, ich habe es erwähnt. Die erhoffen sich natürlich einen stärkeren Preis. Ripple oder XRP, muss ich ja korrekterweise sagen, seit Tagen eher am runtergehen. Allgemein, die Altcoins leiden momentan natürlich und viele Leute erhoffen sich von XRP eigentlich viel mehr, weil die Partnerschaften relativ stark sind. Aber sie behaupten, solange Ripple, die Firma, eben so viele XRP verkauft, kann der Preis gar nicht steigen. Es ist einfach nicht möglich. Ganz einfach, weil eben diese Preise durch die Verkäufe gedrückt werden. Jetzt, ich würde sagen, wenn ihr wirklich an XRP glaubt, dann müsst ihr euch so oder so in Geduld ausüben. Der Preis, ich glaube nach wie vor, dass die Altcoins noch eine Preisbewegung von sich geben werden. Aber ich denke, wir müssen noch abwarten. Ich denke, für dieses Jahr wird es noch ein bisschen knapp, dass wir noch Preisentwicklungen sehen. Aber nächstes Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir entsprechende Preis-Action sehen. Und als letzte News-Story, eher, ich sage mal, eine Schlagzeile als wirklich brauchbar. Burger King in Deutschland akzeptiert ab sofort Bitcoin als Zahlungsmethode. Jetzt hat man hier einen Screenshot für die Podcast-Hörer. Steht hier, wohin soll dein Essen geliefert werden. Und hier steht hier, was man bezahlen kann. Klarer Paypal, Visa, Mastercard, Amex und natürlich dann in der Mitte auch Bitcoin. Jetzt, grundsätzlich eine spannende Sache, aber ich behaupte nach wie vor, Bitcoin als Zahlungsmethode ist nicht wirklich eine geschickte Sache. Das Netzwerk ist langsam, die Transaktion zu hoch und Bitcoin, meiner Meinung nach, hat eher seinen Wert im digitalen Gold. Das heißt, ich würde den Leuten eher raten, zu warten, entsprechend mit Bitcoin-Zahlungen, solange das Lightning-Netzwerk noch nicht hier ist. Es ist natürlich ein schöner Gag, wenn man dann sagen kann, ja, sogar Burger King akzeptiert Bitcoin, aber ich würde mal behaupten, dass relativ wenig Leute diese Bitcoin-Zahlungsmethode brauchen. Das ist auch gut so, weil momentan, wie gesagt, meiner Meinung nach ist Bitcoin noch nicht als Zahlungsmethode ausgereift. Es braucht noch ein bisschen Zeit, solange die Läden das Ganze akzeptieren, ist natürlich gut, aber solange es keine Nutzung gibt, profitiert eben keiner davon. Das mal von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann. Das mal von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den Podcast, abonniert den Podcast, abonniert den Podcast.